Hi und herzlich willkommen zu meinem Red Boss Guide zu Magmorax im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad. Ja, bei Magmorax handelt es sich um einen reinen Single-Target-Kampf, welcher von 100 bis 0% immer gleich abläuft. Der Boss baut hierbei sehr langsam Energie auf. Bei 100 Energie wird sein körperlicher Schaden so dann um 150% erhöht und alle zwei Sekunden wird ein AOE gewirkt, der pro Tick immer stärker wird. Im Endeffekt ist der Boss ein reiner Single-Target-DPS-Check, wobei der Boss tot sein muss, bevor er 100 Energie erreicht. Kernmechanik, die wir dabei permanent spielen müssen, ist, dass der Boss regelmäßig Magma-Pfützen spawnen lässt. Diese erscheint entweder durch Ablauf eines Schadens-Debuffs auf zufällige Spieler, diese Ablagen sind steuerbar, oder parallel als Beiwerk eines regelmäßigen AOE, diese Ablage ist natürlich dann nicht steuerbar. Da die Kampfplattform natürlich begrenzt ist und die Pfützen vergleichsweise groß, sind wir Spieler gezwungen, diese Pfützen zu soaken. Der Soak hinterlässt pro Sekunde ein Stack eines Schadens-Debuffs auf jeden soakenden Spieler. Wird die Pfütze nicht vollständig gesoakt, wächst sie wieder pro Sekunde an. Soaken kann man ab HC maximal 24 Stacks, bei 25 Stacks wäre man tot. Und ja, im Endeffekt, was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gruppen gebildet werden müssen, welche jeweils immer eine Pfütze komplett wegsoaken. Sobald der Debuff ausgelaufen ist, ist die Gruppe wieder frei und kann die nächste Pfütze soaken. Und so weiter und so fort. Da die Anzahl der zu soakenden Pfützen im Verlauf des Kampfes allerdings zunimmt, können ab einem bestimmten Punkt nicht mehr alle Pfützen gesoakt werden. Neben dem 100% Energie-Enrage wird also auch permanent die Kampfplattform immer kleiner und der Rage-Schaden dabei kontinuierlich höher. Wichtig ist schließlich noch, dass der Boss niemals selbst in einer Pfütze stehen darf, da er sonst pro Sekunde ein AOE wirkt und je 5 Energie pro Sekunde hinzugewinnt. Also dies muss auf jeden Fall vermieden werden. Ja, im Übrigen wirkt der Boss noch einen regelmäßigen Knockback, was zudem körperlichen Schaden verursacht. Und ja, das ist insofern nur wichtig, als dass man sich nicht in die Lava kicken sollte. Des Weiteren gibt es noch einen kegelförmigen Frontal, dem muss man einfach ausweichen. Das ist eigentlich auch dann relativ selbsterklärend. Ja, wie eingangs erwähnt, es ist ein reiner Single-Target-Encounter, der ziemlich spät erst in diesem Raid auftreten wird. Für mich könnte das hier, wenn man das mit Castle Nafria vergleicht, so eine Art ja Sludge-Fiss 2.0 werden. Also nochmal, wie gesagt, ein richtiger Single-Target-DPS-HPS-Check, bevor es zu den letzten beiden Bossen geht. Der Kampf hat zwar wenig Fähigkeiten augenscheinlich und ist relativ klar und verständlich von dem, was hier gefordert wird. Aber ja, aufgrund dessen, dass sich der Boss eben ziemlich am Ende der Instanz befindet, glaube ich schon, dass das hier ein ziemlicher Brecher werden wird. Gerade natürlich dann später auch ab mythisch. Aber dazu dann in dem mythischen Guide-Video später mehr. Ja, ich habe alles gesagt, was es zu dem Bosskampf zu wissen gilt. Von daher, wie immer, der Aufruf an dieser Stelle, wenn euch der Content gefällt, den ich so mache, lasst doch ein Follow da, gerne auch auf Twitch. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao und bye.